bogen ich habe kein bogen im me was gibt es denn für bogen in der mod bow of river 4 attack speed und 0,1 attack damage warum ist die bescheuert damage plus 4,25 supreme bow 4,25 4,25 blood bow nein ich könnte mir so einen living bow machen von botania und einen dark bow der macht und drauf an die stärke ist irgendwie steht da gar nichts mehr damit was mehr damage macht da kann man auch einen ganz normalen bogen bauen und verzaubern wäre vielleicht sogar angebrachter weil eigentlich braucht man ja bloß den bogen um die endcrystals platz zu machen und strings wie heißen arrow 519 pfeile 519 pfeile ok ich muss mal ganz kurz die aufnahme pausieren sooo ich und mein sohn du und dein sohn ja ich hab's irgendwie damit aber daran erkennt man mich vor allem ich hab hier ähm aus dem was im nether hab ich nur ich glaub das war nether da hab ich in der letzten folge kisten geöffnet da hab ich ein äh capturing wand und ein displacement wand gekriegt ok frag mich bitte nicht für was sie gut sind ich weiß es nicht ach ne die muss ich auslassen so dann erst mal das da rein äh die komm ich jetzt mal wieder testen ich bin gerade eh kurz auf kam das ist gut da kann ich dir testen jaja ähm right click to push so bla 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 ok ähm was war das hm hä das mal brauchst du da äh 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 hallo äh du versetzt meine du versetzt meine blöcke oh es leckt aber ja oh lol du kannst einfach meine he ok der wird gelöscht er versucht und der ist äh left click on capture to capture it right click on block to respawn was glaub du kannst du kannst ein monster catchen und dann tut mir leid lieber thairox äh ah ah thairox ich schenke dir die freiheit oh ich hab ein doppelseil oder oh haha der ist so scheiße weg damit genauso wie das zwei holz und das du wirst wieder erhangen thairox du wirst wieder erhangen du wirst wieder erhangen nein nein äh der melvin hat bestimmt irgendwo was zu essen öpfel öpfel naja besser als nicht solange die ohne Würmer sind hm bandwürmer ne danke brauche ich nicht äh palim palim ich hab die öpfel immer noch im Inventar aber deutlich nicht sooo ähm dann machen wir einmal das da einmal das da und einmal das da das ist halt Standard Vanillabogen bloß nicht verzaubert der reicht aber aus ja ja dann gehen wir ja mit dem Schwert auf den Drachen glasflaschen hä drachenatem ah dragon's breath die brauchen wir nämlich für einige Rezepte warte wie wie kann man diesen drachenatem nochmal mit glasflaschen musst du den vom ja vom boden einfangen das stimmt ja der macht ja so mhm na ich hab jetzt ähm zwei stacks glasflaschen im Inventar ok dann nehme ich mit 1 2 premium öpfel ähm Absorbt Absorbtion 2 Speed 2 Resistanz 2 Regeneration 2 Stärke 2 jeweils 2 Minuten und noch ein OP Goldapfel hätte ich gerne wo sind die Goldapfel ah da Leute hab ich 74 Stück 47 so also ich wär bereit ich wär bereit ich muss noch mal was essen muss noch mal was essen ne Kleinigkeit äh dann lege ich kurz äh Sachen hab die ich nicht mehr brauche kann ich später an der Kirche weiter arbeiten mein Magnetring lasse ich auch hier wir brauchen aber noch ein ganz bestimmtes Item das ist wichtig und weißt du was das ist was eine Torch eine Torch wenn du verstehst was gibt uns der Enderdrache wenn er stirbt ein Ei genau und wie kann man das Ei aussammeln indem man indem man indem man da drunter eine Torch platziert ich weiß es grad gar nicht ja wie Sand und Kies zwei Blöcke drunter eine Torch platzieren mit dem Block darüber abbauen das Ei drauf fallen lass und dann blotts auch dann kann man es einsammeln ja ich bin echt mir fehlt schon wieder Hunger was ist denn hier los ja oh danke hier äh ist auch noch was für dich warte da einmal der warte kommt noch ein und der was ist das denn zu premium Apple ja guck mir einfach an das sagt alles oh das ist von diesem schönen Schwert mhm hi Pupskopf also willst du ohne Rüstung da reingehen ich hab's im Inventar die hier achso oh noll ich glaub die hattest du mir aber schon gezeigt ja die hat man ja beim Dingskampf so wo ist mein Chisler ich ja Blöcke mit warum nimmst du Blöcke mit vor allem das geile ist CO2 kann jederzeit in einer Drachen erneut killen hä na alle 10.000 Blöcke ist eine neue Drachen was oh wiii ja ich brauch ne Weile ich hätte dir auch mein Tier 4 Jetpack geben können dann wärst du sogar schneller als ich wenn ich mal annähernd so schnell ich hab Tier 2 äh ja ich hab Tier 4 und will auf Tier 5 aber ich muss dem Tyrox der hat mich gebeten dass ich ihm auch noch ein Jetpack mache ok ja dann mach ich das natürlich miauuu ähh kümmerst du dich dann um die Crystals dann würd ich den äh Drachen ein bisschen locken und versuche schon mal ein bisschen Drachenatem einzusammeln jo ich kümmer mich um die Crystals also ähm als erstes das da anziehen einen goldenen Apfel und ab 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 ich dachte schon das geht nie ha ha hui hier ist nichts mit Drachenatem einsammeln ja schill ja doch kann man nicht auf die Wolken wo bist du eigentlich ich bin schon in der Mitte äh ich geh schon auf den Drachen los so na gut ich helf dir mal schnell hier die Crystals wobei doch die Crystals müsste man einsammeln können einsammeln? ach die den Drachenatem wenn er auf so einem Crystal äh auf so einem Obsidian Turm das spucken tut ok äh ok da komm ich nicht ran was ist das abbauen er schieß einfach da durch du kriegst aber auch Schaden ja es sind nur noch zwei Stück ja ja ich hab keine Picke dabei ich schon ich höre mich drum ok komm her Drachelein du kleine Schwein nur noch der letzte ne ja ja uuuh der fliegt einfach durch den Turm durch cheater alles klar alle kaputt hl hl das Schwert fetzt hä wo bist du? ich warte grad dass Arschloch wieder kommt hl hl Lotte! Hä? Seh ich dich gar nicht? Was sind das für komische Falter? Pixi! Hä, du bist bei mir unsichtbar. Lol, okay. Ich bin in der Mitte. Ja, ich bin hier jetzt auch. Hä? Pixi. Ich war da gerade direkt vor dir. Willst du nicht Drachenatum sammeln? Ja, aber bringt ja nichts. Das fliegt alles ins Welt. Oh, eh ein Hit noch. Nee, warte mal. Warte mal, lass den... Scheiße, wie machen wir das mit dem Ei? Äh, hast du Blöcke? Nee. Oh, hier ist das Ei. Nicht durchfallen, nicht durchfallen, nicht durchfallen. Nein, 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 nein. Komm. Oh, hör doch mal auf zu flackern, du Kackherz. Witz. Oh. Äh, hier unten sind aber Blöcke. Dragonheart. Hast du das bekommen? Ja. Gibst du mir das? Ich weiß ja, du bist ja bei mir unsichtbar, das ist das Ding. Achso, ähm. Kann ich dir dann... Ja, gibst du es mir dann. Problem ist, wenn wir die Blöcke unten abbauen, dann... Gib mir mal deine... Achso, warte. Äh, echt? Verschwindet das? Ich weiß es nicht, ich frag nur. Äh, ich diskonnecte mal ganz kurz. Dass du mich halt wieder siehst, dann wirfst du mir die Picke zu, weil ich ja, äh, stehen kann und nicht runterfalle. In der Luft, da kannst du, äh, werde ich versuchen, die Blöcke abzubauen, dass wir halt so ein... eine kleine Plattform fürs Ei haben. Ah, jetzt kann ich dich sehen. Ja. Ah, warte, ich seh dich noch nicht. Jetzt, äh... 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 Ich will nicht, dass sie runterfällt. Müsste reichen. Ja, es dauert noch ein bisschen. Ja. Ich hätte vielleicht meinen Magnet mitnehmen sollen. Hast du auch Dragonheart bekommen? Nein. Achso. Wie viel Herzen davon hast du denn gekriegt? Weil das brauchst du halt für die Rüstung, für die, äh, Upgrade-Rüstung von der Wivern-Rüstung, die ich hab. Äh, einen Dragonheart. Okay. Wenn wir jetzt die 10.000 Blöcke in eine Richtung fliegen, müsste eigentlich der nächste Drache da sein. Okay. Okay. So, auf gut Glück jetzt, äh. Soll ich anklicken? Oh, Leute. Hast du das gesehen? Ja, ja, ja. Oh. Oh, ho, ho, ho. Äh. Wie? Äh. 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 Was machst du damit? Keine Ahnung. Äh. 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 Was bloppt nicht auf? Wie? Was bloppt nicht auf? Das Ei, das müsste eigentlich... Äh. 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 sagt... Äh. 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 Das Drachenherzi, du kriegst auch deine Picke wieder. Äh. Guck mal da, ein Loot-Shop für dich. Äh. Äh. Kann ich... Äh. Wow. Und? Was? Ein Banner. Und Packing-Tape und Leder und Karotten. Ich kenne mir das Banner dringst irgendwo. Besser als Gornix, würde ich sagen. Äh. Äh. Jetzt habe ich vergessen, das Thumbnail zu machen. Ich habe ein Thumbnail vom Drachen. Echt? Wo man nicht... Ja, wo er getötet wird. Cool. Hat vorher ausgeblendet mit F1? Ja. Das ist klasse. Kannst du mir das dann schicken? Kann ich machen. Super, ich danke dir. So, die Rüstung kommt erst einmal wieder hier rein. So, die Rüstung kommt raus. Na, da werde ich mich dann mal hinsetzen und für den Tirox sein Jetpack machen. Da kriegst du auch gleich ein richtig gutes. Soll ich da jetzt auch gleich Upgrade verbessern? Ja, das wäre ganz gut. Ja, ähm... Was macht sonst noch irgendwas? Eigentlich nicht. Ja, dann beende ich jetzt kurz die Folge hier. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020